ich da machen werde. Auf jeden Fall, ich will es hier nicht sterben. So, hier hoch. Einfach hier drüber jumpen. Ups, und ups. Ich weiß schon, wo das ist. Ich habe schon so eine Ahnung, wo der sich versteckt. Ja, das weiß ich. Zeige ich euch gleich mal. Und zwar, hier. Und jetzt darf ich nicht sterben, ey. Sonst wäre es fatal. Dann machen wir noch den Nelis zu Dingo Day danach. Ja, das mache ich danach. Ja. Oh, Crash. Die Dush. Bitterweise kenne ich sie da jetzt auch ein bisschen schon. Dich gestorben? Nee. Ist doch geil. Ist doch noch nicht. Ich werde einfach weiter Ja, jetzt bin ich einmal gestorben. War ja auch dumm, ein bisschen. Ja, ja, das war richtig dumm. Ja, dann hätten wir das auch hier in Dino spurt. Sehr, sehr gut. Fehlt zwar noch das mit den Kisten, aber ist nicht schlimm. Okay, machen wir einen anderen Zeitpunkt mal. Ich hole jetzt erstmal nur die nicht Sterbenden, weil das ist nämlich einfacher. Das geht nämlich auch schneller und fixer. Könnte ich mir nämlich eher vorstellen und dann hole ich noch den Rest mit Kisten sammeln. So, Dinolei. Haben wir noch gar nicht geschafft, um ehrlich zu sein, dann gucke ich mal nach. Ich hole jetzt noch das mit Kisten. Vielen Dank. Gut, dann weiß ich wo. Wie gibt es hier? 317. Na ja, man sagt was. Ich glaube, den könnte man noch schaffen. Zack, weg mit dir. Nicht da hinziehen. Aber mit dem ist es echt angenehm. Kann man gar nicht anders sagen. Ich weiß auch, wo der Geheimliche ist. Ja, hab ich schon gefunden. Ich will erstmal nicht sterben, den Namen. Ich finde es auch wieder toll, wenn man nichts sieht. So sinnlos. Einfach nichts sieht. Du siehst einmal überhaupt nichts, ja? Das ist schon das Schlimme. Äh, und... Nur das ist kaputt. Und das ist mal das Rechtskapotzki. Und zwar hier. Gehört mir. Und tschüss. Ich glaube, ein zweiter ist das noch. Müsste hier sein. Ja, hier müsste der Geheimliche sein. Äh, ja. So, und jetzt machen wir was auf der anderen Seite. Wer nervt jetzt hier? Okay. So, machen wir doch. Und rüber. Cool. Weg mit dir. Können wir da was kaputt machen? Was kann man hier mitmachen? Stimmt dafür. Da drüben. So, ich will da rüber. Ach, nee. Da drüben. Äh, jetzt weiß ich wofür. Alles klar. Oh mein Gott, wirklich? Ich finde ich ja voll heftig. Da drüben? Ja, komm her. Ich hab nicht alle... Was? Warum? Fehlt mir doch mal was. Ah, verdammt. Ich treffe dich nicht. Ist voll geil weg. Aber ist cool mit Dingo Day. Ich mag das Design auch. Aber hier... Das in dem Saure Allende, das finde ich voll schwer. Ja, ich hab's getroffen. Äh, was? Gut, aber das kriegen wir hin. So viele Kisten. In einem Lennel... Hatten wir schon ein paar Dingo Day. Der werden schon gehabt. Einfach rüber. Und... Luftblasen sei weg. Checkpoint. Oh, nice. Nix? Ja. Du kleiner Kackspucker hier. Ja. Ich muss echt aufpassen. Verdammt. Das ist gar nicht leicht. Aber ich will's mal schaffen. Dann könnte ich nämlich den Lennel mal komplizieren. So. Ach, du Kacke. Uuuh. So. Dafür krieg ich das benutzen? Ah. Zack. 113. Nee, da wird doch nichts sein. Ey, nee. Kackviech. Ich bin mal mit. Gehen wir mal mit. Und dorthin. Ich will mal da unten hin. Oh, ich hab mich noch gerettet. Alter, das war so knapp. Alter. Aber das ist ein cooles Lennel. Das gefällt mir. Zu Dingo Dile. Es ist so schön prähistorisch. Einfach weiter, bitte. Ich brauch noch ein paar Prozente. Deswegen wäre das gar nicht mal schlecht, wenn wir hier vorankommen. Auf ihm könnte ich das mir noch vorstellen. Darüber. Oh, Checkpoint. Danke. Hör mich gern mit. Ach, du Kacke. Stoffel ran. Äh, was, Alter? Geh rüber Also 133? Na gut Na gut Ah, up the house Hmm Oh Und den Rest muss ich mit Kreis sparen, das war so klar Okay Oh ne Äh, war da noch mehr? Was? 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 Äh, ja, takumischan Gar nicht übel Gar nicht mal übel 42 Ach, ich muss so da Hm, nee oder Ernsthaft? Ich hab da noch nie Ist das wohl was, Sliden? Ist das wohl was, Sliden? Oh-oh-oh-oh Ist da wohl was, Sliden? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles klar, ich weiß wie. Gut, machen wir neu. Das finde ich nicht leicht. Ach so, soll ich das machen? Oh Gott, das war dann... Das ist ja... Ja, ich finde es ist eine Herausforderung. Komm, stelle ich mir. Das muss irgendwie gehen. Ich bin gar nicht mal so übel hier. Hm, klar. Es ist doch krass, bitte ey. Ganz ehrlich. Ich will nur diesen Level grad mal kurz spannen und gucken, wieviel Prozent ich hab. Weil dann hab ich mein Ziel heute erfüllt. 80%. Ich wollte 100 machen, aber... Mich haben auch heute so viele Leute ein bisschen abgefuckt und genervt und... Und du kamst echt einfach zu nichts, weil du ständig genervt bist. Das ist nicht mehr normal. Ich meine, ich kann nicht mal in Ruhe was schaffen, wenn man ständig genervt wird heute. Aber ich mach deshalb halt ein bisschen länger. Und immer zu früh. Also Dingle, ähm... Ich finde das fragwürdig, das Level hier. Warum schon alleine? Jetzt habe ich erstmal mit ihm auch bald die Level gespielt. Dann müsste ich... Einmal ja bald die Trophäen für kriegen. Lass mal nochmal flamen. Ich weiß ja, wie es geht. Ähm... Ähm... What? Ne. Das ist auch kein einfaches Bomber-Settel. Boah. Das finde ich persönlich nicht schlecht. So. Was? Ne. Hör doch auf. Hör doch auf. Hör doch auf. Alter, ihr seid doch... Ihr seid doch krank, Leute. Was soll? Hä? 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 Okay. Ne. 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 Das mache ich nicht. Das muss ich mal angucken. Wie das funktioniert. Was? Ist die von deinem Verlangen? Das ist ja krank. Das mache ich ein andermal. Ne. Ne. Kissen kommentieren. Nö. Ach. Das mache ich ein andermal. Ne. Ah. Nicht mit mir entwickler. Ihr habt doch Lackes auf. Ohne Scheiß. Das ist ja absolut... Das finde ich krank. Ne. Das mache ich nicht. Erstmal nicht. Ne. Das muss ich ein andermal machen. Weil... Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich muss erstmal nicht sterben. Dann eher sterben. Dann eher sterben. Dann eher sterben. Krasses Level. Straßensperre. Ja, gut. Na, dann müsste ich das noch auf invertiert machen. Ich müsste es heute noch machen. Schwierig zu sagen. Ich könnte es theoretisch. Weil mir dann auch echt eine Menge fehlt, ey. Oh Gott, das ist anstrengend, ey, wirklich. Ja, 80% schon, sehr gut. Okay, ähm. Soll ich mich noch ranwagen? Da müsste ich aber wissen, wo der Invertierte da ist. Okay, das ist einfach. Ja, das machen wir auch eben mal schnell. Aber es wird schon 80% des Spiels haben. Alter, Vater. Mir fehlen noch. Ja, mir fehlen noch 26%. Und mal fertig, ey. Krass. Mal überlegt, wie viel da noch zu machen ist. Nicht mehr normal. 20% brauche ich noch. Deshalb machen wir jetzt erstmal noch ein paar kleine Baustellen. Die ich eröffne und dann, ja. Hier oben war auch den geheimnisvollen und den nicht sterbenden. Das ist auch mein Plan dahinter. Zack, ich renne jetzt einfach durch. Okay, ihr müsst doch irgendwo doch so ein Schillerding sein. Das ist auch mein Plan dahinter. Warum hol ich mir eine Maske und verliere die wieder? Auch so, ich weiß nicht, auch irgendwo so ein bisschen sinnlos. Ja, ich wisse aber jetzt schon ein bisschen. Das ist das.